hallo und herzlich willkommen bei Wettruckcambe. Ich bin heute wirft ihr nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Raid the Shadow League. Ne äh Raid Shadow League. So viel Spaß. Das sind wir und fangen an. Erstmal die Dailies abholen. Oh, die habe ich schon. Es wird gedrückt. Geht's jetzt los? Jetzt geht's los. Ah, okay. So, was ist die Giste? Erstmal einsammeln. Und, oh, meine Diamanten sind schon schön. Da würde ich mal sagen, wir fangen mal an mit Täglich kämpfe fünfmal in der Arena. Auf dem Weg. Da ist die Arena. Oh, was ist denn hier? Ich habe was gekriegt. Den könnte ich bestimmt besiehen. Er ist richtig stark geworden. Ich habe ihn voll gemacht mit den Sternen. Aber aushalten tut er immer noch nichts. Schnell kaputt. Da war ja sie hier die stärkste. Ich glaube, einer ist jetzt eher der stärkste. Der ist immer noch nicht stark. Das war jetzt kink. Ach, das ist doch so lange. Das ist doch schon lange. Deholt. Ah wow gewonnen aber habe ich ja gesagt dass ich den wahrscheinlich gewinnen werde den hier ne ich glaube den nicht die hat 5 Sterne aber den werden wir mal gewinnen weg damit X nein nein den der ist genauso stark wie ich den müsste ich auch besiegen also den müsste ich auch besiegen können also ich bin stärker aber die Sterne meinte ich genauso stark ja na da fühlt es den wieder an scheiße da 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 2 gegen 2 2 gegen 2 ok ich hoffe gewonnen gewonnen ja das war der dritte Kampf also er hat die gleiche Stärke er hat ein bisschen schwächere aber der hat 5 Sterne komm wir probieren das mal aus das wird spannend das wird spannend ok das ach das macht aus Ah! Kass hat sich nicht mehr. Sch! Das ist ein wenig mehr. Wirst! hier noch ein angriff dann nehmen wir den hier noch ok den werde ich jetzt kaputt machen jetzt kommt die rache von 10 ja ok und beschwöre drei champions ich muss mal essen ich hab drei so viele da dann war erstmal die quest hier aus dem geschäft was kaufen das war die quest ich kaufe immer diese grünen oder besser grauen leute kaufe ich mir nicht aus dem geschäft dann gehe ich hier rauf dann gehe ich auf fähigkeit oh der kann auch keine fähigkeit übernehmen der ist schon so stuck und 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 komm machen wir was bringen tja kann ich hangaufstiegen? nein ich habe nur vier chicken ok wieder auf Fähigkeit da das war letzte hat schon fünf prozent ah nee warte Level 1 geht bis auf Fähigkeit so da ja schon und dann wüsste ich noch einen weiteren da ist er der Hund und da ist noch die ist alt, die haben mit drei sternen aber der ist neu, also ich könnte noch ein wenig machen 1, 3 hellenrande oh neu habe ich nicht, kenne ich nicht normal kaufe ich mir das immer auf, aber jetzt sind 6 plätze frei so das waren meine drei hellen dann gibt es wieder auf die fähigkeiten und ja gut, muss nur ein fundament aufleveln auch nicht zwei sternen habe ich auch nicht mehr viel jetzt ist schon mal gut, dann bin ich bald meine zwei sterne leute los außer nicht mal wieder neu sehen dann da ist es inzwischen da ist die neue die neue dame in meiner gruppe ok jetzt mission täglich so ein bisschen energie steiger das können wir mal machen ich will einfach mal da habe ich 4 sterne mit 1 level nein, nur 10 ach, ich nehme ganz unten den 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 ich level mit rot zack und verbessern dann kannst du auf level 10 spielen und danach auf 2 sterne machen auf 2 sterne machen schmuckstück verbessern verbessern 1 2 2 4 fertig 7 7 Kampagne 7 mal zack ich wollte hier die level 1 mitnehmen mit dem kann man gut kämpfen mit dem kann man gut kämpfen mit dem kann man gut kämpfen dann nehme ich die hier sie ist meine 7 oder was hat das so wir haben level 1 level 1 den müssen wir nicht mehr nehmen aber die beine war mit und die einmal dann nehme ich noch einen pinken nach mich ralf passt doch schön dann mal den überlegen gestehen und den der den 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 der schafft er das auch allein gegen den boss los mit war aber ein bisschen knapp, würde ich sagen, weil ich nehme lieber einen anderen, der mitleveln kann. dann schauen wir mal nach einem anderen lilanen, der noch nicht ganz oben mit dem level ist. da ist ein bisschen öfter als zu schwach. die wird doch sterben. voll wird es 6400? jetzt ist sie stärker. und die ist stärker wie der? dass sich nach stärken sortiert. okay wir probieren es mal. aber ich glaube, das ist jetzt nichts. also noch lebe, also. schon mal. und das ist nicht mehr. jetzt ist das auch. okay, es war so wenig auch schach. gut. gut. und war zu zweitens. jetzt machen wir das. 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 team ändern, lasst das, macht multi an und start mal den ich habe zwei Siege schon, ich brauche sieben also noch fünf jetzt, ja, voll, alle weiter einer bauen wenn wir uns da oben schützen und zu dem zweiten Daumen das kommt der D-Buff gleich Kaiser der D-Buff der ist gleich Level Up, dann muss ich es beenden ja naja, sind wir auch ein Kindesstock indeed die 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 Level 1 angefangen haben, sind schon Level 3 das ist gut werden die mal stärker die 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 Nein? Ach, jetzt habe ich ihn. Da war er. Oh, was soll ein Freiloid übernehmen? Das stimmt. Giftempfindlichkeit von Sönstchen. Aber ich gebe doch gar kein Gift. Noch eine Runde, dann ist er. Dann bin ich bei Runde 5. Was ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10 oh komm, das war nicht 303, komm, das schabelt mir so Das war's. Oh, die Runde kann jetzt lange dauern. Oh, der ist ja Level 18 mittlerweile. So, jetzt habe ich gleich deaktiviert. Und noch einen Schlag. Hippie. Jawohl. Dann Sebastian zurück. In der Taverne einer Run aufsteht und geht keiner. Arrissieren. Und einschicken. Einschicken. Zwei Stelle geht bis Level 20. Da dürfte ich aber keinen an Level 20. Oder? Oder? Ne. Okay. So. Und der. Und der wird auch mal. Fertig. So. Die wird nicht mehr weiter gelabelt. Schauen wir mal kurz. Und wie viel brauche ich noch? Zwei. Belohnung abholen. Ein Splitter. Und. Gratisladen. Muss wir auch noch abholen. Ach. Hier aber noch blau. Ob ich den nicht voll abholen. Ach. Mist. Mist. Hier ist gratis. Ach. Da ist ein epischer auch noch. So. Mist. noch ein geschenk hier. Gut. Da müssen wir noch einmal zurück gehen. In der Kampagne. Und. Gehen wir mal wieder zu den Trochen. Der ist nett. Und wir werden rausschmeißen. Sie hier. Und. Gehen wir auf. Nach dem Resortieren. Und wir nehmen ganz einfach. Den zweitniedrigsten dann mit. Das wäre der hier. Und noch zwei Kämpfe. Da. 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 Leben an Okay, einer Down Gleich zweiter Down Zweiter Down Und Na und Ah, jetzt dritter da Den Empfindlichkeits Waff Was für Gicht Obwohl ich hier gar kein Gicht Ist der nicht auf dem Ruhm gegen Gicht hier? Gichte aller Gegner Gute 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 Immungegenleben Frost Schlaf Pro Gute auch dabei? Gute 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 Das will ich aber leider nicht mit meiner Gruppe schaffen. Let's go! Mein Akku ist vor. Gleich geht's los. Vier Tage im Zug. Kamera fertig. Für meinen persönlichen Rekord. Vier Tage im Zug. Ich kenn's Deutschland. Vier Tage im Zug. Okay. Hau ino. Hau ino. Spar. Jetzt äh. Es sind nur noch drei Stück. Ist das ein Sinn? Auch mit einem würde ich. Haben wir ja voll. Ach genau. Immunität. Prozieren. Aktive Fähigkeiten locken. Passive Fähigkeiten locken. Angst. Wahre Angst. Und Fettsteiner. Ach, die gibt's nicht. Okay, man kann den. Lüblopp. Lüblopp. Du 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 du. Okay. Ich brauche noch 15. Gut, dann werden wir das machen. Einmal in der Donjon. Zweimal. Nehmen wir hier Rot. Bei dem Weißen brauche ich auch wieder. Ah, das schon wieder. Weiß. 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 Da. Nehmen wir den hier. Jetzt habe ich das mit die Schwächsten. Ich denke eher weniger. Den brauche ich, weil hier der Chef drin ist. Der Chef der braucht meine Fähigkeit. Und das hier oben ist die Fähigkeit. Ich könnte auch einen anderen nehmen. Ich könnte auch einen anderen nehmen. Aber ich wollte ja den Schwächsten nehmen. Das ist Lila. Ich muss noch zwei Kämpfe machen. Ah, Lila fehlt mir auch wieder. Kommt dann immer wieder diese Hexe. Der erste Kampf. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn es ja auch nicht stimmt. Ich muss nicht gewinnen. Ich brauche ja nur die Energie. Ich brauche, das es nicht ganz oft ist. Ich brauche die Blase. Ich brauche das. Ich brauche die Blase, die Blase. Ich brauche das zu tun. Ne, hier geht's. Oh, vielleicht ist es so, dass es da ist Erster da und jetzt gleich der zweite von mir auch da. Das ist gut, das ist doch gut, das war die Schwäche noch, das ist echt, das wird alle passen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ja gerade witzig. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das wird nichts. Das wird nichts. Der macht so wenig schaltet. Das wird dann nämlich. und für sie so wie so fit und deswegen immerhin zu erster zweiter noch Es geht um ein Schweres mal Go, 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 go! Ach, dritter daun, da sind nur zwei Leute, aber das schaffe ich jetzt, aber jetzt kriege ich hier erst einmal Helden, jetzt nicht mehr. Okay, noch ein Schachdruck ist er daun, Gegnern ist hier, der Doff zieht sich hier hin, aber er hat wenigstens Gegenangriff. Gegenangriff und jetzt Smileangriff, ne, Buff, Buff, zwei Buffs, jetzt ein Angriff, jetzt noch ein Angriff, jetzt kommt wieder Schildbuff, noch ein Angriff, fünf Buffs, äh, fünf Buffs. Ja, Gesterbuff, zweiter Wanderer. Erst, danke. Kopenwandwand, zwei DANKE, und da, vier DANKE. okay aber ich hab jetzt alles fertig, die ganzen Queste, das heißt ich bin fertig für heute dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, Alter Polen da ist noch was, also 40 Minuten, 50 Minuten habe ich gespielt gut, dann enden wir das Ganze und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen, wenn ihr nicht mehr dabei seid, bis dann für viel Spaß und auf Wiedersehen, cooles Ticket